So und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Folge von Adventure Craft, kann man das so nennen, Adventure Craft, einfach Adventure Map. Adventure Craft, Lux Perpetua, keine Ahnung. Jo, und genau, wir haben im Checkpoint angekommen, die letzte Folge gab es bei Con Crafter und diese ist im Fall wieder bei mir. Ah, der Turm unten brennt übrigens um mit drauf, auch mit den Leuchtturern da. Oh, da hinten geht es noch viel weiter. Noch viel weiter? Ja, komm mal hier hin. Ich folge dich, ich folge dich, ich folge dich, ich folge dich. Schauen wir mal da hinten. Ach du schön. Oh, Taddeus kommt dann zu deinem Gegenstand. Genau, bei Taddle. Oder Ganone hier. Bei Taddle und seinen Brüdern, die irgendwie alle so aussehen wie er selber, oder Klone. Okay, hier haben wir wieder in der Restaurant. Basement steht hier. Geht's nochmal nach unten. Basement. Gehen wir mal nach unten. Kenn ich ein cooles Lied. Without a lever, it's quite useless to go down there. Okay, ohne einen Schalter. Aber wir haben ja den Schalter. Wir haben doch einen Schalter. Was bin ja. Okay, Taddeus, Taddeus. Alter Schwede. Äh, wo kann man denn hier runter? Da vorne sind Treppen. Ah, hier auch. Äh, Leitern meine ich. Nicht Treppen, Leitern. Oh, 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 oh. Wow, ich werde fast runtergefallen. Taddeus hat mich fast runtergeschubst. Taddeus blockt nicht gerade. Ich hab mich jetzt getötet. Ich hüpfe hier gerade mal runter, so erstens den Screed-like. Komme ich hier, ja. Okay. Kommen wir wieder hoch, dass die anderen... Ah, hier sind Leitern und ich hüpfe da so doll runter. Okay. Und der hier. Und die sind auch noch Leitern. Ach da. Diese Lianen, ne? Nein, das ist... Hm. So. I don't know, ist auch noch Taddeus. Bleib mal stehen, ich kille gerade mal den Creeper weg. Nicht bewegen, nicht bewegen. Kein Zentimeter. Yay, hab ihn. Hallo, Taddeus. Der chillt da, wenn er vom Creeper angegriffen wird. Och ja, ach die machen nix. Gar nix. Taddeus. Okay, was haben wir hier noch? Nicht so viel. Oh, Netherrack. Oh yeah. Sollen wir uns das jetzt einen Weg in die Hölle zeigen? Wollte ich gerade sagen, auf dem Weg in die Hölle. Glowstone. Glowstone. Ja, du rennst eiskalt rein. Ja, hab keine Ahnung. Ich bin nicht so der Typ, der dann da so steht und so macht so. Äh, jetzt gehe ich das runter. Das geht aber echt verdammt tief runter. Ich weiß gar nicht, ich will jetzt gerade gar nicht gucken. Und da sehe ich auch schon einen... Zombie-Pigman. Ja, einen Pigman. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst vor seinem Goldschwert. Ach, das macht nix. Das sieht cool aus, das Goldschwert im Text-Tonpack, ey. Ja, das hat so einen Schweif rum, ne? Boah! Boah, wir stehen nicht hier mehr. Ich meine... Einfach nicht angreifen, oder? Nö, nicht angreifen, ignorieren. Okay. Gehen wir weiter runter, was haben wir hier sonst noch? Boah, wie tief geht das? Dort wird der Halsschutz nicht drin. Ja, okay, du musst überlegen, wir waren gerade voll oben auf dem Berg, ne? Okay, stimmt auch wieder. Aber zwischendrin noch mal so Erde drin, voll stylisch. Ja, passt schon. Hallo, Duder. Äh, passt die jetzt? Wir greifen uns auch an, wenn wir die jetzt theoretisch in Feuer schubsen. Die kriegen von Feuer keinen Schaden, wir können sogar in Lava baden und kriegen kaum was. Oh. Ja, man müsste mal so ne Minecraft... Gasen, Goldblock und ein Höllenportal. Bedrock, oh, oh, oh. Put a lever here, ist noch ne Kiste. Die ich nicht... Achso. Oh, Diamantenrüstung. Jetzt, eine oder zwei? Eine. Und zwei Diamanten. Ja, wahrscheinlich, weil die denken, das ist ne Verein. Die Liga. Egal, ne Buki erstmal. Ich kenne mir einen Fisch drin, den würde ich eigentlich gerade mal noch mit essen. Du mal, oder teilen wir uns einfach die Diamantenrüstung. Okay. Ja, du willst das mal. Achso, bist du ja halb leer, sind dann eine andere. Klar, kein Ding, ich lasse mir kurz den Fisch rein. Und, äh, okay. Einfach, dass du mir einfach irgendwie die Hose und Schuhe gibst oder so. Meine ist ziemlich niediert. Hose und Schuhe. Ich hab nur noch... Hast du keine Hose mehr? Ich hab nur noch diesen Brustpanzer. Ich hab nur noch die Art Brustpanzer hab ich auch noch, aber nur noch so ein ganz kleines bisschen. Dann sonst hab ich sonst auch nichts mehr. Nur das, wie du siehst. Also kann man auch an Equipment sehen. Ja, okay. Dann können wir ansonsten auch noch. Nein, da. So. Achso, den Schalter müssen wir noch betätigen, kann das sein? Wow, das sieht total heftig aus. Ich stehe hier direkt neben dir und da ist trotzdem so ein Schwarzfahrt, dass ich die nicht sehe. Achso, Höllenportal hier zum Durchgehen. Ach ja, hier ist ein lauter Spawner übrigens in den Portal. Ey, Schalter. Schalter musst du draufsetzen, hast du einen hier, oder? Hab ich den? Ja, achso, ich hab den ja. Okay, Schalter drauf. Kommt was. Wow. Das Höllenportal ist zerstört worden. Ja. Greifen wir uns jetzt an? Nee, glaub ich nicht. Wir sind jetzt aufgeraucht, glaube ich. Ich sammle mal hier den Netherwack ein bisschen ein. Ich weiß hier, was passiert. Können wir da jetzt irgendwo herschwimmen? Was für ein Gerunze. Ich guck mal, was ich gerade rauswerfen kann. Hier ist jetzt wieder eine fette Höhle. Auf jeden Fall ist perfekt inszeniert und aufgebaut. Man sieht hier noch ein bisschen die Redstone-Funktion. Ah. Ich sehe hier noch TNT-Blöcke Schweden hier drin. Jo. Bugt schon mal manchmal. Aber das Höllenportal ist aus, obwohl wir erst können wir wieder anzünden. Das ist ja nicht zerstört worden. Ich weiß nicht, aber sollen wir jetzt wirklich in die Hölle gehen? Oder warte mal, ich schwimme mal kurz hier runter. Oh, Zombie. Nee, hier ist nichts. Okay, wollen wir da jetzt einfach mal reingehen? Könnten wir, wenn sonst nichts anderes da ist, dann... Also ich glaube, hier nach hinten ist noch mal irgendwas vielleicht. Nee, da ist eine Szene von Redstone, sehe ich hier oben. Da kann ich einsammeln. Cobblestone, never. Fall jetzt an. Mein Inventar ist voll. Meins auch. Ich tue mal einfach hier was in der Kiste, ne? Wir haben ja hier ein... Ja, klar, klar. Aber das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen, hier anzünden. Okay. Äh, Cobblestone. Achso, ich weiß, wofür das da war. Dass die Spawner hier hinten zerstört werden. Da stand ein Spawner drauf. Ah. Also dahinter. Dann müssen wir jetzt gar nicht in der Hölle. Hinter dem Portal stand ein Spawner. Ah, okay. Dann war das einfach nur so... Dass wir da mal easy durchgehen können, ohne dass da was spawnt und es gleich wegbompt. Okay, gehen wir einfach mal durch. Sollen wir ganz kurz gucken, ob da was los ist. Ja, okay. Man muss ja irgendeinen Grund geben, warum das hier steht, oder? Einfach mal rein da. Einfach mal rein. Wir kommen ja nachher eben wahrscheinlich... Aber am besten stehen bleiben im Schiff, dass du nicht, dass irgendwo runterfällt. Das muss man aufpassen. Ähm. Ähm, kommt nix? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es am Server liegt, ob wir in der da irgendwie deaktiviert haben oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Aber... Ich weiß mal... Äh, lass mal kurz Aufnahmestopp machen. Ich schau das mal kurz nach. Okay, Aufnahmestopp. So, und dann sind wir wieder zurück. Ganz kurz, wir haben ein bisschen gebastelt und es hat nicht so ganz geklappt. Ähm, Nether scheint ein bisschen, naja, grenzwertig. Ich sag mal so, es war relativ abenteuerlich. Wir haben jetzt hier einen Schalter verhauen. Den dürfen wir leider nicht mehr wieder mitnehmen, weil wir ja die nur einmal platzieren dürfen, ne? Ähm, ich würd sagen, wir gehen einfach dann mal wieder raus. Mal gucken, vielleicht, wenn ihr ne Idee habt und das gespielt habt, ich fühl mich ja nicht aus. Ja. Mal ganz kurz, mal kurz, ein Punkt sagen. Wollt' ich auch grad sagen, schreibt einfach eure Einflüsse und eure Sachen, eure Erfahrungen von dieser... Au, au, au. Au. Ich brenne erstmal. Von dieser Map, schreibt das einfach in die Kommentare. Und ich verrecke hier grad ein bisschen. Haben wir Wasser? Ja. Ah, okay. Das hält man. Cool. Ähm, schreibt das einfach in die Kommentare, hat ja jetzt auch nix wirklich mit Spoilern zu tun. Einfach, ob ihr in Nether gehen konntet oder nicht. War jedenfalls abenteuerlich. Oder ob da irgendwas war. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Diesen Weg, da ging es ja nämlich noch weiter und das sah ja auch schon noch riesig aus, was da auf uns zukommen konnte, ne? Aufpassen, dass wir nicht hier in den Dings reinlatschen. In Lava, ne? Äh, Feuer. In Lava. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht diese Zombies auf einmal angreife, weil eigentlich immer mein Reflex. Ich sehe so ein Zombie, aah, drauf da, bam. Ja, okay, wir sind ja Pigman-Zombie. Oh, jetzt bin ich auch in den Feuer gelatscht. Ah, ne, nur ganz kurz. Ich bin nicht dauernd. Ich glaube, ein drüber springen hat es mich... Hauptsache erst was sagen, ja, müssen wir aufpassen. Okay. Ich bin langsam verwirrt, ich sehe nur noch rot. Du siehst nur noch rot? Ja, nur noch 10 Nether Rags. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, eine Hammerarbeit gewesen, alles aufzubauen. Also, Fett Slope nochmal von mir an denen, ein Entwickler. Da haben bestimmt mehrere Leute auch, nicht nur einer. Ja. Ja, steht ja in den Cradits drin, findet ihr auch im Download-Paket. Boah, sind wir denn hier oben? Ach, hier. Ne, doch nicht doch. Was Spezielles da? Vielleicht hier noch irgendwie ein... Ne, doch nicht. Ist gar nichts mehr. Einfach mal hoch da, außer Dios erwartet uns schon. Hallo, Tade. So, die könntest du auch mal helfen. Sollten die NPCs nicht eigentlich noch verändert werden? Wollt ihr... Kann Mods ja noch machen. Ne, Mods ist ja noch... Ich dachte, die sollen eine Funktion haben, aber... Na egal, okay, ein Schalter verschwendet. Ja, hätten wir mitnehmen sollen? Ne, Quatsch. Keine Ahnung. Wir wissen, wo eine ist, falls wir wirklich gar nicht mehr weiterkommen. Wer hätte das vielleicht mal die Map durchlesen müssen? Na, verdammt. Ach, du Scheiße. Ich nehm sie gerade mal und tu mal ein paar andere Map-Parts, die ich schon benutzt hab, wieder zurück. Eieieieieieiei. In Minecraft übrigens tu ich auch zu raus. Da hab ich ein bisschen mehr Platz drin und hab ich noch ein Boot drin. Hier hab ich nicht. Okay, ich les mal die Map durch, so. Restaurant, oh Gott. Okay. Sie sind durch die Barriere gebrochen. Ein Team ist im Moment schon nach unten gegangen und hat ein bisschen Dynamit platziert, um die ganzen loszuwerden. um das Portal, ein für allemal. Aber leider haben die die Schalter in der Kiste in Irvins Haus gelassen. Aha. Aha, ja. Die haben wir vorher schon geholt. Also, bevor wir diesen Questort gestartet haben, haben wir schon Schalter geholt. Paul ist losgegangen, um einen zu holen, aber ist niemals zurückbekommen. Das ist ein Mysterium, hab ich gesagt. Okay. Guck mal, was vor der gerade gespawnt ist. Wie süß. Was, was, was? Ein Mini-Chicken-Hellbosen, lass hier. Ja, ich hab schon ein paar Eier hier. Ach so. Vor allemal bei mir in der Tasche. Ja, okay. Aber das ist einfach nur, oh Gott, sie sind mich überall gebrochen. Die Teams sind da unten Dynamit platziert, aber... Ach so, um das Portal loszuwerden. Oh, alles umsonst. Das ging nicht darum, dass wir da durchgehen, sondern dass die Mobs, dass das Böse aus dem Portal gebrochen ist. Die Zombie picken uns, kamen alle von unten. Facepalm, facepalm, facepalm. Ja, jedenfalls wissen wir jetzt, worum es ging. Okay, wir wissen, worum es ging. Es ging nur darum, das Portal zu zerstören. Wir waren so blöd und haben es wieder angezündet. Es ist... Oh mein Gott, äh... Ja, oh mein Gott, okay. Oh, und der Paul hat ja Pech gehabt. Dann würde ich sagen, das kann ich wieder in die Kiste zurück reintun, die Map, den Map-Part und... Ach, Scrum hier, ein Spyder-Eye brauchen wir alles hier nicht. Das war... Ich gebe den Tadeus immer wieder eine Lohne. Können die sich davon nicht zu lassen. So, wir machen mal Platz tatteln, ich muss mal durch. Ach ja, wir können auch mal nach oben gehen vielleicht ein bisschen, oder? Apropos, waren hier in den Öfen noch was drin, oder hast du schon reingeguckt? Äh, da habe ich schon reingeguckt, ist nichts mehr. Ich werde nach oben vorhin noch. In der Kiste war auch nur Eier und... Ich werde hier oben zum Betten oder irgendwas. Oh ja, ein paar Öfen sind hier. Oh, Kohle. Ja, wir brauchen aber ein bisschen Holz mal. Eine Kiste Milch haben wir unten geguckt, kocht ein Fisch. Ach nee, lassen wir mal drin, ich nehme nur noch nicht mehr alles mit, sonst... Könnten wir denn theoretisch in die Eimer Wasser reintun, falls wir dann mal am Brennen sind? Könnten wir, das ist ja nicht verboten. Das ist ja nicht klauen, da bleibt ja immer noch ein bisschen vom Block überrecht. Achso, das sind Buckets, ja genau, doch, es sind Buckets, ja. Also ich habe gerade zwei Eimer dabei. Ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal beim Wasser sind, würde ich mir mal einfach was, was er gerade gesehen hat. Ich bringe mal gerade noch mal Milch eine Runde. Kuckuckuckuckuckuck. Ah, die Schlürfgeräusche sind geil. Wenn man ja dann das Wasser setzt, ist es ja praktisch wie ein Block setzen. Nee, komm, das... Nee, das ist Wasser, das ist kein Block. Hallo, hier. Zur Sicherheit zum Löschen mal, aber nur ein Eimer, keine zwei, damit wir nicht so schnell einen Brunnen machen können dann lächst du. Ja, okay. Ein Eimer, ein Bucket. Komm, ich hab so____ Shawnит. Ich hab zu viel Schrott dabei. Hier, Phoenix, Bogle. Hast du den Namen eigentlich aus Harry Potter, oder? War es Sparker Phoenix? Ah ne, ich fand die mythologische Figur des Phönix relativ interessant. Hab mich auch in alten Spielen immer so genannt, irgendwas in Phönix drin. Problem ist halt, YouTube waren die Namen alle schon vergeben, ist ja klar. Phönix, zack, weg. Und da bin ich halt, ja, hab ausprobiert. Irgendwann bin ich bei... Was heißt denn Spark eigentlich? Hä? Spark, was heißt das? Funke. Also übersetzt Phönix-Funke. Funke eines Phönix, was? Ja. Floyd. Floyd Residence. Achso, sein... Ah, bestimmt von LeFloid. Ah, LeFloid hat die Map gemacht. Ah, ja, LeFloid, ja. Ja, glaubst du auch. So, gucken wir mal, wie es bei dir aussieht. So, so. LeFloid. Gehen wir mal rein. Ja, hier ist ja wirklich Party. Einen Ofen, ja, Kohle, was sonst. Aber der hat auf jeden Fall einen schönen Ausblick. Ich meine, schau mal hier runter, das ist echt... Ja, nicht schlecht. Aha, gut gemacht. Ah, der wohnt direkt über unserer Bouncing Betty, oder wie heißt die? Bouncing Betty. Weißt du Bescheid. Hier geht's nochmal ganz kurz... Ach, ne, hier sind wir reingekommen. Ich dachte grad schon. Ey, hier ist ein Geheimgang. Das ist mir grad so aufgefallen. Ja, dann, pass da. Hier so noch eine Kiste mit... Oh, Eisenschuhen. Jeder hat Eisenboots. Jeder hat Ironboots. Okay, ich nehm mal das Eisen, oder nimm du mal das Eisen mit. Du hast, glaub ich, das Eisen immer. Und ein Iron Helmet. Oh, ich hab was, wenn ich... Die Map würde ich sagen... Ah, ein Bogen, endlich mal. Bogen. Und ein Map, den hol ich mir nochmal. Hammer. Ich tu mal die Cookies da rein. Oder ne, ich ess jetzt erstmal alle Cookies weg, so. Ich tu mein ganzes Geld jetzt, äh, mein ganzes Fleisch mal nicht da rein. Ich hab so viel Brot. Ich hab auch noch zwei Reds da, oder weiß ich auch nicht, wohin ich da mit. Ja, ich hab auch zwei Reds. Komm, wir machen so, wir stecken die einfach mal. Äh, warte, ich schmeiß immer meine rüber. Komm. So, oh, ja. Ja, ich dachte, das wär jetzt anders geplant gewesen. Ja. So, hau rein jetzt hier. So, da. Hast du noch irgendwas für Knochen, oder was? Ähm, ja. Bitteschön, hast du... Nix mehr. Ich hab noch Stickies. Hast du Strings, zufällig? Ja, 17. Da, kannst du stacken. 21. Und... Ich hab noch einen Stick. Weiß nicht, was der mitmachen soll. Ne, kann ich gar nicht. Brauchst du Gravel? Brauchst du Gravel? Ne, brauch ich grad nicht. Geh mir grad die Schuhe an, die Boots und den Helmet. Gunpowder. Oh mein Gott, der hält sich so aus wie so eine Netzkappe von so alten Omis, die grad am Nähen sind. Hast du Eisen nach... Ah, ne, ich hab ja Eisen, sechs Stück. Ne, das hab ich dir gegeben. Okay, und ja, Cookies da... Raum eingebrannt. Ich hab 40 Netherrack. 40, wozu? Ja, keine Ahnung, wir haben ja was gesprengt, ne? Weißt du? So, jetzt hast du wenigstens Bogen, hast du Pfeile? Ja. Anderthalb Stacks. Anderthalb Stacks. Ich hab, ich hab über sieben Stacks. Ja, dann gib mir mal noch ein, zwei... Äh, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben, äh, noch ungefähr eine Minute Zeit. Ja, okay, dann würde ich sagen, mach ich danach noch einen Part und dann. Jo, ich würde sagen, guck mal ganz kurz, wie's aussieht. Geheimgang oder vorm Geheimgang. Gehen wir ganz kurz pennen, vielleicht? Na, ne, ist schon wieder Tag. Ist schon wieder Tag. Okay, gehen wir ganz kurz noch rein, schauen wir mal. Ähm, ich denke, das wird eh nicht so heftig hier werden. Ja, so ein Haus drin ist so ein Hausgeheim. Ah! Ah! Aha, jetzt sind wir bei der Founcing Betty oder wie heißt, keine Ahnung. Jo, und hier ist ein Paper und nochmal eine Map. Die beziehe ich mir auch gerade mal. Achso, ich hab die Map nicht vor... Oder hab ich die Map gerade vorgelesen? Ne. Nein, wusste nicht. Ey, wir haben jetzt Kohle und Holzkohle. Das ist komisch. Schließ mal hervor. Achso, das war das von Floyd. She told me she wants to run away with me. Achso. Achso, ah. Sie hat mir gesagt, sie möchte mit mir wegrennen. Und dieses Mal, denke ich, sie meint es wirklich nicht. Ich hab bereits alles vorbereitet und alle meine Sachen in der Höhle hinter der scharfe Farm versteckt. Hinter der Scharfe Farm war eine Höhle. Und halb so Sachen versteckt. Von wegen, ja, ich glaub, das ist nur wegen Natur und so. Jo, okay. Ey, irgendwie machen wir alles vorher. Wer nachher erfahren will, wir hätten das eigentlich anders machen müssen. Und dann noch Pauls Diary. Fragt durch oben. Mary war ziemlich ruhig für die letzten paar Tage. Manchmal sah sie nur... Achso. Manchmal sah es aus, als wäre sie wie ein paar Minuten verschwunden, weil ich sie nirgends nur gefunden hatte. Also heute Nacht träumte ich, ich wäre mit einem pinken Einhorn über die Lande im Himmel geritten. Es war ein bisschen bekloppt, aber ich hab's gemocht. Die nehmen auch alle Drogen irgendwie. Okay, ich würd' sagen, der Part ist jetzt auch voll, ne? Ja. Wir gehen machen kurz Pauschen. Der nächste Part gibt's dann da bei Concrafter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Und auf Wiedersehen. Tschüss.